Für das 50-jährige Jubiläum REDOG wünsche ich mir, dass wir weitergehen können auf dem Weg, den wir jetzt beschreiten. Mit unseren Partnern dermassen gut zusammenarbeiten können. Eine Ausbildung mit Leuten, die sich dermassen unglaublich engagieren, wie das bei meinen Übungsleitern und Hundeführern der Fall ist. Und wenn wir uns in dieser Richtung weiter bewegen, dann sehe ich eine gute Zukunft für REDOG.